Wollen wir zum Big Whoop kommen? Ja, na dann mal los. Beginne, mein Lieber. Was haben wir vor uns? Na dann, der Tempel des Anubis, The Pharaohs Forbidden Ruins. Das Ding steht auf zwei 16x32er Baseplates in Tann, damit man die separat voneinander bespielen kann. Hätte es meiner Meinung nach damals nicht gebraucht, aber ich finde es an sich auch eine tolle Sache, weil man so gezielt in einem Review-Video über Stück für Stück sprechen kann, um die Sachen natürlich auch ein bisschen detaillierter zu zeigen. Und für mich, ganz klar, ist alleine schon dieser, ja, dieses Front. Weißt du, was es ist? Es ist einfach... Weißt du, was es ist? Was es ist? Na, es ist ein Schlund. Hier sind die Zähne und da sind die Augen. Und was ist das hier? Na, ein Schakal, wahrscheinlich ein Anubis, oder? Ja, es ist tatsächlich ein Schakal. Also in Anlehnung an Anubis, den Totenkopf. Ich glaube, ja. Oh Gott, bitte, bitte zerfetzt uns in den Kommentaren, habt dann Freifahrtschein, aber Anubis ist der Gott der Toten, oder? Richtig, und ich glaube, der bringt die irgendwie ins Jenseits. Ist ja auch wurscht. Also hier durch das Maul dieses Schakals, also von Anubis, kommt man in den Tempel. Transparent noch, und man muss das mal drauf achten, dass dieser ganze solide Bild... Red Trans, 1x1er, Round Bricks ist, glaube ich, der Fachbegriff, aber könnte auch völlig falsch sein. Ganz, ganz toll, und das muss man, glaube ich, man kann es nicht oft genug sagen, alles bedruckt. Nicht ein einziger Sticker in diesem Set. Sowas, ja, gäbe es heutzutage, glaube ich, nur noch bei Video, aber, ja, nicht bei einem Adventure-Set, aber auch die Adventure-Sets, ja, braucht man ja kaum noch. Das, äh, in diesem Fall, oberste der beiden Prinz, findet sich nochmal in der unteren rechten Ecke der Karte. Genau, wir versuchen mal gerne ein bisschen Zoom zu zaubern. Hier, da, ganz unten links, ich hoffe, ihr könnt das erkennen, also sowohl die Spirale, da drunter der Bogen, dann das Auge, dann der Vogel, dann der Stab. Also, es stimmt tatsächlich überein, wenn man die Karte lesen will, das ist eine Detailverliebtheit. Es ist, ich kann es mir vorstellen, dass es toll für ein Kind ist, das irgendwann zu entdecken. Also, stell dir mal vor, es guckt sich die Karte an, weil es die schön findet, merkt sich die Symbole und baut das Set auf und sie erkennt es wieder, also allein dieser Gedanke ist wirklich herrlich. Ja, klasse. Ja, ansonsten, ein normaler, ich sag mal, das ist normal, aber, äh, ja, straight gebauter Obelisk. Super toll natürlich mit den Prints. Diese hier gab es natürlich noch in anderen Sets, aber, naja, gut, natürlich, so natürlich ist das gar nicht, denn wir haben hier eins, zwei, und jetzt muss ich den Klemmkuppel fragen, drei, vier, äh, exklusiv bedruckte, ja, Teile. Ich nehme diese Palme mal weg, die ist an sich nicht so besonders, äh... An sich, man muss betonen, dass es, also, dass es wirklich eine, also, dass es früher, äh, später, in den späteren Sets, gerade bei den Piraten, weil sie Gouverneursinsel irgendwas, diese stabilen, ähm, nicht beweglichen Palmenhaume gab. Dass man hier die Varianz hat, ähm, das ist... Bitte bringt es zurück, wer auch immer das hört und da mitentscheiden kann, aber so viel Optimismus darf sein. Ja, Set-Exklusives, richtig. Vier bedruckte Hieroglyphen-Teile am Eingang, ähm, ja, verschiedene Pharaonen, immer im klassischen Lego-Männchen-Stil, das finde ich auch schon mal supercool. Dann haben wir hier, glaube ich, einmal Horus, da nochmal Anubis auf der linken Seite und hier ist nochmal ein Falke, ein Scarabeus, ein Schiff. Also, das muss man wirklich einfach mal, äh, getrost sagen, ist wirklich... Darf sich eben eingeladen fühlen, ich nehme mal ganz kurz den Obelisken weg, äh, eben als Kind, als Kind beim Spielen, ich will es nur andeuten, äh, tatsächlich die, die Symbole auch zu, zu vergrößern und sich diese Sachen wirklich auch anzugucken. Ich bin mir sicher, dass Lego-Designer hier irgendwas noch versteckt haben, was immer noch seine Entdeckung hat, insofern Adventurer eben durch und durch. Richtig. Es gab ja, glaube ich, auch, ähm, für die Baron von Baron Manor, die rauskam, irgendwann mal die Buchstabenübersetzung für die Horus, äh, für die, für die Hieroglyphen, glaube ich, oder? Also, ich bin mir relativ sicher, dass irgendwann es da mal eine Übersetzung gab, aber da könnte ich mich jetzt auch völlig verrennen. Ich bin mir wirklich sehr unsicher. Aber... Ist das eine Hausaufgabe, das rauszufinden? Das ist, glaube ich, eine Hausaufgabe, das rauszufinden. Hier oben auch sehr schön, natürlich bedruckt, eine 1x16 Brick mit diesen Flügeln. Ähm, ganz interessant finde ich, diese Flügel sind dann später beim Pharoos Quest als, ähm, Flugteile für die fliegenden Mumien, äh, verwendet worden. Die hatten dann so ähnliche Flügel, natürlich nicht so breit, aber die hatten dann verschiedene Flügelaccessoires. Ähm, echt cool. Und, ja, jetzt müssen wir mal schauen, wir machen es mal so, damit man hier oben noch mal raufgucken kann, dieses Sargophag-Teil in Dark Grey. Ich bin jetzt mal so frevelhaft und nehme es mal ab. Auch Set-exklusiv. Es gab natürlich noch andere Farbvarianten dieses Teils, dieses Sargophag-Deckels. In Rot gab es das, es gab es in Tann, was wir uns gleich nochmal anschauen werden. Schwarz ebenfalls. Schwarz, aber hier dieses dunkle Steingrau, das ist wirklich Set-exklusiv hier im Tempel von Anubis. Und, ja, es gibt so viel zu berichten von außen. Aber wir sollten uns mal drinnen, glaube ich, mal was anschauen, oder? Würde ich eben auch sagen, ähm, wir wagen uns mal in das Maul des Schakals, drehen also das ganze Set um und sehen, äh, tatsächlich einen sehr generischen Holo-Bild, der in diesem Fall mehr auf die Play-Features als auf Design-Wert legt. Kann man das so zusammenfassen? Das kann man so wirklich sehr gut zusammenfassen. Wir haben nochmal zwei, ähm, bedruckte Obelisken. Wir müssen hier ein bisschen zusammendrücken hier, das hat schon ein bisschen gelitten. Hier oben ist ein großer Schatz in einer schwarzen Truhe. Eine dunkelgraue Fledermaus, habe ich so auch noch... Großer Schatz? Ja, der große Schatz laut Anleitung besteht nämlich aus vier Goldmünzen, ja. Von denen man übrigens an Spare-Parts nie genug haben kann, um die einfach richtig fett aufzufüllen, weil, Entschuldigung, Lego, Entschuldigung, Lego-Team der 90er, vier Goldmünzen für das letzte Set einer legendären Ära. Ich hätte gerne 20 von diesen Ausstandsdingern. Großartig. Aber man muss ja dazu auch sagen, ah, diese Lego-Goldmünzenhäuser, die sind ja Gold wert. Ich glaube, da kostet einen so ein Ding 50 Cent, ja. Also, die sind ziemlich, ziemlich teuer. Und weil sie natürlich auch begehrt sind und weil es sie so selten gab. Es ist ja nicht so, ich spoiler mal ein bisschen, wenn wir uns gleich den Lego-Ruby angucken, also den klassischen Rubin. Inzwischen, wenn du ein Set hast, in Harry Potter gibt es ja pro Set drei Stück, die du reinbauen musst. Bei allen Friends-Sets irgendwelche... Und für jedes gibt es noch einmal einen Extrateil inzwischen. Wenn du in diesem Set, wenn man diesen Rubin verloren hat, ja, dann warst du halt Nese. Dann war das Ding halt weg. Da gab es nur ein so ein Ding. Und Farb war ganz... Dann hast du dann am Ende so einen widerlichen roten, hier so einen Transparent, hast du dann da reingestellt und hast dich geärgert, dass dein original Lego-Ruby weg ist. Also, da muss man wirklich sagen, ja, wir hatten ja nichts früher. Was ist das hier? Aber dafür ist eben auch wirklich eine ganze Menge los dahinten. Wo wollen wir anfangen? Ja. Also, ich würde sagen, unten rechts, wir arbeiten uns so in diesem C. Gut. Unten rechts, in diesem, ja, du hast es schon gesagt, ich glaube, in diesem Holo-Build steht einfach der Sarkophag. Sarkophag, man hört schon, es ist noch jemand drin, das ist natürlich der Sarkophag von Pharoah Hotep. Hier, man, ich finde, es fällt nicht auf, aber es ist das gleiche Teil wie das in Dark Grey, was wir uns gerade angeschaut haben, bloß halt bedruckt. Ja. Und da muss man halt sagen, also, unglaublich toll. Ein Tan-Teil und mit einer Farbtreue, mit einer Farb, ja, Gründlichkeit dieses Gesicht darauf gedrückt. Das Rot ist halt wirklich rot. Dieser Lenden-Schurz ist dreifarbig, glaube ich, schwarz, blau und rot. Der Fußprint ist wunderbar. Und da unten, schau doch bitte mal, da ist, ja, da kann man jetzt mal meckern, dass auf dieser kleinen Fläche da die Hieroglyphen ein bisschen matschig sind. Aber, also, prinzipiell, das kann Lego heute nicht mehr, würde ich jetzt mal behaupten. Das kann, würde ich können sie definitiv nicht mehr. Und allein die Idee, ich weiß nicht, ob du es je genutzt hast, aber allein die Idee, dieser Figur 3 Stats auch noch zu geben, Holostats, in denen man auch noch was reinstecken kann. Das ist möglich, ja. Ganz, ganz große Nummer. Also, Hut ab vor diesem Ding, was eigentlich auch im Minifigurenregal mitstehen müsste, wenn man mal streng genommen sieht, oder? Ja, Mensch, jetzt hast du ihn hier. Ach, da würde ich nur noch mal reingucken, wer da... Mensch, Rotheb, wollen wir noch mal rausholen. Da ist er. Was ist denn das hier? Das sind ja hier ja nichts zu suchen. Ah! So, und dann geht es weiter. Wir haben hier noch mal ein paar Skelette, die Wache stehen. Denen übrigens zwei helle Waden links und rechts oder Stäbe überhaupt nicht schlecht getan hätten, aber auch das sind natürlich günstige Ergänzungen. Gab es nicht. Dann über diese Leiter konnte man nach oben klettern, um dann hier sich dem großartigen Schatz zu nähern, aber Achtung, natürlich ein gutes Pharaonengrab ist natürlich voller Fallen. Hier diese roten Stats, die sind natürlich schon sehr verlockend. Ich ziehe mal hier und zack, die erste Falltür geht auf. Da könnte man übrigens tatsächlich einmal kurz ausholen und eben sagen, jawohl, in dieser, lass mal unten, in dieser Grube gibt es gerade nichts, wo man hinfällt, aber mit wenigen Handgriffen ist da eine ganz hervorragende Snake Pit draus gemacht, dass man da auch wenigstens was hat oder Stacheln oder irgendwas. Richtig. Damit, wenn man hier oben dann abstürzt, auch was zu bekämpfen hat und es geht weiter. Oder was zu essen. Je nachdem. Schlange? Ja. Bei Indiana Jones, irgendwann essen die doch auch mal Schlange, glaube ich. Aber unser guter Johnny Tanner lässt sich davon, glaube ich, reichlich wenig beeindrucken. Der springt hier einfach rüber und hat sich dann hier gleich der zweiten Falle gegenüber, aber da muss man ja sagen, diese Falle hat hier oben eigentlich gar nichts mehr so wirklich zu tun. Ja, ich weiß auch nicht. Was hat es damit auf sich? Also, wenn man jetzt mir einen nicht so unerschrockenen Abenteurer hinstellt, der sich natürlich mit Fallen überhaupt nicht auskennt und jetzt da oben dieser Stud gezogen wird, dann wird er komplett ausgenockt von diesen vier zweimal zweier Light Grey Steinen. Mehr braucht es nicht. Das rumst auf dem Schädel, glaube ich, wenn man das abkriegt. Schöner Mechanismus hier, oder? Ja, und man muss dazu sagen, es hat jetzt gerade leider nicht ganz so gut geklappt, aber diese Hellebarde hier mit der Kette, wenn man das da zieht, dann sollte sie eigentlich eben mit runterfallen. Das ist hier oben vielleicht mal eine Frage von bisschen Sandpapier, bisschen Schmieröl. Ich weiß nicht, wie kriegt man denn eigentlich verklemmte Lego-Scharniere wieder flüssig? Das war doch mal eine interessante... Hast du da mal was gelesen? Ich kann doch nicht lesen. Ähm, also fiese Booby Traps, wie der wunderbare englische Name lautet. Ja, Booby Traps wollen wir jetzt mal nicht wortwörtlich übersetzen, aber hier hatten wir natürlich einige davon. Ähm, ja. Meiner Meinung nach ist die Front, auch wenn sie innen so hohl ist, trotzdem auch das Highlight. Ja, es kommt zwar noch der zweite Teil, den darfst du auch gleich vorstellen, mein lieber Klemmkumpel, aber, weiß nicht, irgendwie, einfach durch das, das wirkt einfach krasser. Das reicht eben auch, ne? Es ist fast schon, fast schon schade, dass man nach hinten raus dann nochmal so eine, so eine, was war das? 16 mal 32? Plate hat, weil wenn man das eben hinstellen will, wie es aussehen soll, braucht man viel Platz im Schrank. Ich finde aber allein dieses Ding mit seinen wirklich, und zwar in allen Dimensionen, wenn man mal Dr. Charles Lightning wegnimmt, ohne dass es irgendwo rübersteht, eine wunderbare Ausführung ist und wunder, wunder, wunderschön. Könnte man theoretisch auch so eine Minifigurenstadt bauen, zu einem Modular Building, dass das dann einfach in der Mitte steht. Oder als Eingang zu einer, zu einer, zu einer coolen Adventure aus Achterbahn. Oder so. Ne? Läuft man durch. Top. Ja, und dann schauen wir uns mal noch den zweiten Teil an. Die Rückseite ist in dem Fall tatsächlich quasi die Erweiterung des Raumes, aber hier wurde tatsächlich ein bisschen mit den Dimensionen gespielt. Also im Grunde eine zweite 16 mal 32 Baseplate, aber eben außen mit Außentempel-Vegetation. Obwohl das halt irgendwie ganz lustig ist, dass man diese Palme hier tatsächlich mit reinbiegen kann. Aber an sich ein sehr, 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 sehr solider Bild. Was sehen wir im Ganzen? Was sticht ins Auge, Steinekiste? Ähm, Statuen. Statuen, 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 Statuen. Zweimal den Anubis-Build. Vom Kopf her ist es eine ähnliche Bauweise wie bei dem kleinen Grab. Das werden wir auch noch vorstellen. Da ist ja, du weißt ja, es ist nicht mei, es hat Nummer aber jetzt nicht im Kopf. Werdet ihr sehen, da komme ich im Video dann vielleicht nochmal drauf zu sprechen, dieser Anubiskopf mit den Cones und dieser Slope. Dann natürlich... Wobei man noch, wobei ich noch einwerfen muss, diese Anubisköpfe, auch verbaut in der Baron Manor. Ja, stimmt. Über der Orgel. Gesammelte Statue, ne? Genau. Was er quasi mitgebracht hat, wer sich dieses Set jetzt aus 2020, glaube ich, angeschaut hat, die Baron von... Nee, Baron Manor. Männer von Baron. Männer von Baron. Jetzt haben wir es. Das sind ja verschiedenste Reliquien von dem Bösewicht, die er zusammen geraubt hat, ne? Oder zusammen gesammelt hat, sind dort vergeben. Und ich weiß ja, worauf du zu sprechen kommen möchtest, mein lieber Klimmkumpel. Ich sehe zwei Krokodile. Was hat es denn damit auf sich? Was hat es damit auf sich? Na, ganz einfach. Rette mal den Rager Ruby vor der interessanten Präsentationsart und Weise hier. Es sind Set-Exklusives. Also, Krokodile bisher klassischerweise immer in Grün erschienen, aber in diesem Dunkelgrau vor der Farbwelle kommen nie wieder. Tatsächlich so nie in irgendeinem anderen Set erschienen als in Grau. Und das wusste man als Kind jetzt nicht unbedingt zu wertschätzen. Heute, glaube ich, tatsächlich dumm und duschlich. Weil es ist ja, also ich glaube, graue Krokodile gibt es ja an sich schon nicht. Auch heute nicht mehr. Aber es ist ja dann tatsächlich auch das alte Steingrau und es ist ja auch das alte Krokodil. Inzwischen sind die Krokodile ja auch deutlich neuer und ja, man will nicht sagen, auch natürlicher oder auch schöner, will man ja nicht sagen. Die sehen halt wirklich aus wie Statuen. Sind es Statuen oder, Achtung, food for thought, sind es mumifizierte Krokodile? Das ist ja, darüber habe ich noch überhaupt nicht nachgedacht. Hat man das gemacht? Ich weiß es nicht. Aber potenziell? Ich finde den Gedanken, dass sich irgendwas tut, wenn man hier einen geheimen Schalter tätigt, eigentlich ganz schön, aber ansonsten grundsolide. Wir haben Schlangen, wir haben Skorpione, die Statuen sind gekrönt mit noch, die kennen tatsächlich, diese wunderbaren, geprinteten, zweimal zweierteils mit, ja, eigentlich Hexenformen. Hier in dem Fall, da sieht man auch den schönen Zauberstab. Stimmt, die klassische von Basilius, wie hieß dieser komische Fledermaus-Typ, Basilius, sonst was, ne? Und dann die Hexe mit dem Rot-Transred-Zauberstab, der auch diesen Stern oben hatte. Die Hexe war tatsächlich das einzige Setteil, was ich besessen habe, abgesehen vom großen Castle. Ich weiß nicht, warum ich das bekommen habe, aber irgendwann hatte ich es. Ja, warst du artig. Also diese gab es ohne Ende, ja. Kelch in Schwarz habe ich vorher so auch noch nie gesehen. Wüsste ich jetzt tatsächlich auch gar nicht, wo es noch Kelche in Schwarz gibt. In Gelb, früher für Gold, jetzt inzwischen natürlich die komplett durchsichtigen. Aber in Schwarz kenne ich so auch nicht. Das finde ich ganz interessant. Hier diese komischen Roundbricks, die aufeinander gebaut sind in Transred und einmal hier in Transgreen. Ja, ist irgendwas Wertvolles, aber eigentlich jetzt nicht unbedingt das Highlight an diesen Krokodil-Statuetten, Statuen, whatever. Wir sind nämlich auf der Suche und tatsächlich auch angekommen bei unserer Suche nach dem Rhaegal Ruby. Also unserem begehrten Schatz, der dort in der Mitte zu finden ist, in einem, ja zeig's mal. Das ist eine Glaskuppel. Ja, das ist vorhin schon mal kurz gesehen. Gut geschützt. Genau. Und tatsächlich aber eine Sache noch unerwähnt gelassen bisher unten drunter. Da haben wir nämlich einen Magneten. Und der führt tatsächlich auch zu was? Nämlich zu einem, wie ich finde, der schönsten Play-Features. Darf ich dich mal bitten, Steine Kiste? Ich halte mal. Nein, nein, tatsächlich halte ich und du, du hast die Ehre, mal bitte. Ich mache das Play-Feature, ja? Hinten die wunderbare Wand, auf der das Skelett steht, vielleicht zweimal sozusagen, um 360 Grad die Rückwand dort zu drehen. Das wäre schön. Was jetzt aber klappt das? Na, ich will's doch hoffen. Ja, ja, guck doch mal. Oh nein, oh gut, dass es beim ersten Mal geklappt hat. Wo ist denn der Rhaegal Ruby? Ein wunderschönes Play-Feature. Hier draußen ist übrigens, was ich betonswert finde, immer noch die Möglichkeit mit einer Baseplate sogar noch einen Zusatzraum, in dem man durch das Drehen der Wand, kommt, zu installieren. Ansonsten ist hier hinten Schluss. Hier ist der Rhaegal Ruby. Ja, nun bleibt der Fantasie eigentlich überlassen, was man mit dieser Tür macht. Also, ja, ich... Man kann verschwinden, man kann auftauchen. Man kann sich ja hier oben auch mal dieses einmal-vierer Teil anschauen. Ein Teil, was es in dieser Reihe tatsächlich einige Male gab, ich würde sagen drei oder vier Mal, mit doch sehr makabrer Zeichnung wie Dr. Charles Lightning, würde ich jetzt mal sagen, weißes Oberteil. Ja, passt. Dunkle Beine, würde ich jetzt so bei grün, ja, könnte sein. Und halt der Pith-Helmet mit seiner Lupe, wie er sein unrühmliches Ende findet. Ja, eine verschlossene Tür, die wird geöffnet und der Blick des Pharaos verwandelt ihn in ein Skelett. Hier wieder wunderbar. Ich bin mir sicher, ist das vielleicht dieselbe Kombi wie auf der Säule? Man müsste sich das mal ganz genau angucken, aber im Großen und Ganzen. Das ist ja absolut genial. Schön gemacht. Ja. Bevor wir uns dann dem Ende des Videos mal nähern, würde ich sagen, mein lieber Klemmkumpel, ich habe hier noch so einen 100-Stat-Schein. Wir hatten ja vorhin gesagt, ja, 70, 80 US-Dollar. Inflation mit einberechnet und so weiter sofort. 100er lege ich auf den Tisch, dann würde ich mir das Set gerne mal kaufen, oder? Ja, da kannst du, wenn du gut bist, vielleicht eine Anleitung rausschlagen. Du musst tiefer in die Tasche greifen. Also 100 Euro reichen da. Wenn wir jetzt mal beim gebraucht, bei den gebrauchten Sets der 5, 9, 8, 8 losgehen, mehr als 100. Was hast du da? Ja, so ein kleines Geldbeutelchen. Hast du vielleicht noch irgendwo, weil das wird auch nicht ganz reichen, nicht ganz für eine entsprechend gebrauchte, ja, ich betone nochmal, gebrauchte Version. Ja, da geht es dann auch tatsächlich schon los. Also es sind ein paar mehr als 80 Euro. Das dürfte zur Anzahlung reichen, denn, meine Lieben, also das Set geht tatsächlich derzeit bei Bricklink zumindest im europäischen Markt bloß bei 180 Euro. Für gebraucht, ich denke mal, auch dann immer nur zwischen 90 und 100 Prozent vollständig. Aber wenn die jetzt, also gebraucht, ja schön, der hat dann, ich meine, der Held sagt immer, kauft gebrauchtes Lego, aber wenn das jemand schon mal angefasst hat, vielleicht möchte ich das ja gar nicht, vielleicht möchte ich das ja neu haben. Ja, ist verständlich. Wie viel wärst du denn bereit für ein versiegeltes dieser Sets auszugeben? Naja, das, was ich hier habe, also guck mal hier. Eins, zwei, drei, ja, ungefähr das Drei- bis Vierfache. Also bei 1200 Euro gehen die auf dem derzeitigen Markt tatsächlich los. Aber, trotz allem Scherz und Humor, sucht Ebay, Ebay-Kernanzeigen, Amazon, überall geht die Google-Shopping-Liste durch, sucht nach dem Set und man kann hier und da auch mal eins in guter Kondition für 50 bis 60 Euro schießen. Da heißt es, Geduld. Das war's von unserer Seite aus mit diesem Set. Ich bin die Steinekiste. Ich bin der Klemmkumpel. Ich war auch dabei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bleibt bis dahin alle gesund. Und ich würde sagen, schaut mal wieder öfter in eure Steinekiste. Da gibt es immer noch richtig tolle Sets aus den 90ern zu bestaunen. Das war's von unserer Seite aus. Ciao, ciao. Oh, ähm, äh, 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 Schnitt. Äh, ja, das kann ich sehr gerne machen. Also, zu nehmen, also wirklich. Schnitt! Zweimal sozusagen 360 Grad diese Wand zu drehen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt ja auch. Ich hoffe doch auch. Ah, ja, lol. Wir müssen das hier wahrscheinlich ein bisschen weiter nach oben schieben. Ich hoffe es zumindest. Oder, oh mein Gott. Ich glaube, du hast es... Hast du es? Eins zu... Du hast es falsch schon mal angebaut. Der kann gar nicht runterfallen. Ach, Mensch, ich Idiot. Das muss ja so drauf liegen, das Ding. Ja. Was für ein paar Eindrücke. Wie lange haben wir jetzt eigentlich... Waren das... Wo ist denn die Zeit? Da unten ist die Zeit, oder? Ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Ach ja, wir sind hier hinten. Da sind wir. Da vorne haben wir angefangen. Hier haben wir angefangen. Und jetzt sind wir da hinten. Und hier etwa... Ja, 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 ja. Also, wir sind kurz vor dem Ende des Videos. Also, erst mal Hut ab, wenn ihr euch unsere ganze Review angeguckt habt. Spaß hat es definitiv gemacht. Video bleibt bis dahin alle gesund. Und ich würde mal sagen, schaut mal wieder öfter in eure Steinekiste. Das war der Klemmkumpel mit am Start. Und, ja. Das heißt, hast du mein Intro kaputt gemacht? Das müssen wir nochmal machen. Schnitt. Shit. Das war es dann von meiner... Dann war es das von unserer Seite aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleibt bis dahin alle gesund. Ich bin die Steinekiste. Ich bin der Klemmkumpel. Und ich war auch dabei. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Schaut dann mal wieder öfter in eure Steinekiste. Da gibt es immer noch richtig tolle Sets aus den 90ern zu besehen. Besehen? Du bist ein Mongo. Warum im letzten Satz? Ich bin der Klemmkumpel. Ich bin der Klemmkumpel. Ich bin der Klemmkumpel. Ich bin der Klemmkumpel.